Sag mal, weißt du noch, wie das damals war? Wir waren jung und frei, hatten tausend Ideen und trugen langes Haar. Auf dem Rommelplatz gab's den ersten Kuss. Wir sind raupegefahren, als wir Teenies waren, wie oft ich daran denken muss. Wir standen Schlange an der Telefonzelle, mit dem Kleingeld in der Hand. Facebook und Handy haben wir doch nicht gekannt. Einmal noch für einen Tag ein Kind. Ich rieche immer noch die Wiese, auf der wir rumgelaufen sind. Einmal noch zum Zelten an die Nordsee. Und zum allerersten Mal total verliebt. Wir haben stundenlang bei mir Kassetten gehört. Und wenn wir pleite waren, dann sind wir Fahrrad gefahren, das hat uns nie gestört. Wir hatten keine Langeweile, denn uns fiel immer noch was ein. Und deswegen rum, kamen wir vom Spielen ein. Ich rieche immer noch die Wiese, auf der wir rumgelaufen sind. Und zum allerersten Mal total verliebt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.